Ich weiß, dass eine seiner Ex-Frauen sie vor einer Beziehung mit ihm gewarnt hatte. Sie sagte, es gebe zu viele Geheimnisse hinter Rons Fassade. Er hatte einen schlechten Ruf im Geschäftsleben und war als Frauenheld bekannt. Aber das wollte ich damals nicht hören. Uns wurde bewusst, dass er Waffen trug, als er herumerzählte, dass er sogar eine in seinem Stiefel hatte. Er schien immer auf der Hut vor Ärger zu sein, vielleicht aus gutem Grund, ich weiß es nicht. Reverend Karp und seine Frau hielten die Zeremonie ab, als sich Margaret und Ron 1987 in der Candlelight Hochzeitskirche in Las Vegas das Ja-Wort gaben. Es war für beide die fünfte Hochzeit. Ich hielt zwei der Hochzeiten von Ron ab. Eine klassische Las Vegas-Hochzeit, ich hasse es darüber zu sprechen. Es war auch für ihn die fünfte Hochzeit. Er war mehrmals verlobt und hatte mit verschiedenen Frauen gelebt. Dieser Tag war für uns beide in gewisser Weise ernüchternd. Wir waren beide voller Hoffnung, aber wir waren auch beide skeptisch. Die frisch Vermählten bezogen das Haus hinter seinem Bürogebäude. Hier hatte Ron schon mit seinen anderen Frauen und Freundinnen gelebt. Vielleicht habe ich mich deshalb dort nie richtig zu Hause gefühlt. Es war sein Haus und wer mit ihm leben wollte, musste sich seinen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Und er wollte dort wohnen, weil es praktisch für seine Arbeit war. Die schlimmste Zeit in dieser Ehe waren die ersten anderthalb Jahre, weil ich, als ich ihn geheiratet habe, nicht wusste, dass er ein ernstes Alkoholproblem hatte. Und erst nachdem sie zu ihm gezogen war, erfuhr sie von dem tragischen Geheimnis ihres Schlafzimmers. Rons dritte Frau Peggy hatte in diesem Zimmer Selbstmord begangen. Es war schrecklich. Es war ein absoluter Albtraum für mich. Wir lagen im Schlafzimmer und er erzählte mir, dass sie sich hier umgebracht hatte. Er glaubte, dass ihr Geist noch in dem Raum war, ihn verfolgt und alles dafür tun würde, damit er nie glücklich werden könne. Deshalb ließ er immer Kerzen brennen, sang Kirchenlieder und verteilte Weihrauch, Öle und Weihwasser. Er bestellte auch einige Male Leute, die dort eine Teufelsaustreibung durchführten. Vor seinem Tod scherzte er noch darüber, dass er von ihrem Geist besessen sei. Es ist wirklich ungewöhnlich, dass ihn sein Schicksal in dem gleichen Zimmer erheilte, in dem seine Ex-Frau angeblich Selbstmord verübt hatte. Wo liegt die Verbindung zwischen Haus und Büro, zwischen Rons Waffen, seinen Frauen und seinen Millionen? Diese Frage wirft Margaret Rudens fünfte Ehe auf und sie beschäftigte auch die Gerichte im Mordprozess gegen sie. Die Leute haben mir gesagt, dass sie mir ähnlich sehen. Sie sagten, sie sei mir sehr ähnlich, bis auf die Augen. Wenn sie in ihre Augen blickten, könnten sie keine Seele sehen. Der Fall der verurteilten schwarzen Witwe Margaret Ruden hat die Menschen, die sie und ihren späteren Mann Ron Ruden kannten, in zwei Lager geteilt. So wie den Priester, der die beiden verheiratete. Raymond Karp kannte Ron schon lange vor dessen Ehe mit Margaret und seine Position ist klar. Mein erster Gedanke war, dass ihn ein Auftragskiller ermordet hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die sanftmütige Margaret zu so einer Tat in der Lage war. Genauso viele sind Ron gegenüber loyal. Meiner Meinung nach stand er kurz davor, die Scheidung einzureichen. Möglicherweise wusste sie davon und es war ihr klar, dass infolgedessen auch das Testament geändert werden würde. Ich denke, es ging einzig und allein um sein Geld. Caroline Ruden war Rons zweite Frau und Partnerin in seiner Immobilienfirma. Anfang der 70er Jahre heirateten sie und ließen sich wieder scheiden. Bis heute trägt sie seinen Namen und hat ihm bis zu seinem Tod die Freundschaft gehalten. Ich habe einen engen Freund und meinen besten Partner verloren. Ich vermisse ihn schrecklich. Caroline bestätigt, dass Ron seine Fehler hatte. Er war ein starker Trinker. Dennoch ist er nie gewalttätig, seltsam oder aggressiv geworden. Es hat ihn geistig nur etwas träger gemacht. Das war wohl eines der Dinge, die mir an ihm unangenehm waren. Sie wusste auch von seiner Leidenschaft für Waffen. Er war Waffenhändler, der die Genehmigung hatte, Waffen zu verkaufen, zu besitzen und mit ihnen zu handeln. Darum hatte er eine riesige Waffensammlung. Aber sie weist die Gerüchte zurück, dass Ron Rudens Waffengeschäfte mit seiner Ermordung zu tun haben. Er war immer stolz, dass er diese umfassende Lizenz besaß. Es gibt nichts, was ein solcher Händler tun könnte, was ihn derart gefährden würde. Ich habe nie mitbekommen, dass er selbst auch nur daran dachte, irgendetwas Unrechtes zu tun. Trotz aller Enthüllungen über Ron Ruden und seine Frauengeschichten entsetzt Carolyn am meisten, dass ein Mörder den Cadillac vor einem Strip-Lokal abgestellt haben könnte. Er wäre niemals ins Crazy Horse gegangen. Das widerspräche völlig seinem Charakter und seiner Persönlichkeit. Wenn er das Auto wirklich selbst geparkt hätte, hätte er es eher vor dem Caesars Palace oder dem Mirage abgestellt. Es wäre ein besserer Ort als das Crazy Horse gewesen. Ron Rudens zweite Frau sagt, dass Ron ihr anvertraut hätte, dass seine Ehe mit Margaret nicht glücklich gewesen sei. Ich erinnere mich daran, dass er sehr traurig war. Reverend Karp behauptet auch Geheimnisse des Paares zu kennen, das er lange Zeit begleitet hatte. Er griff sie körperlich an, er schleuderte sie gegen die Wand, um ihr zu zeigen, dass er mit irgendetwas, das sie getan hatte, nicht einverstanden war. Sie beschuldigte ihn, dass er gewalttätig sei und ich glaube, das hat sie auch einmal der Polizei erzählt. Doch was auch immer hinter verschlossenen Türen geschah, Tatsache ist, dass es Ron und Margaret sieben Jahre miteinander ausgehalten haben. Margarets Hobby war dieses Antiquitätengeschäft. Es ist unklar, ob sich der Laden selbst finanzierte. Auf jeden Fall hatte Ron genug Geld, um das Geschäft über Wasser zu halten. Aber in der kleinen Welt von Margarets Geschäft, Rons Büro und ihrem Wohnhaus waren Eifersucht und Verfolgungswahn an der Tagesordnung. Margaret kam mit Rons loyalen Mitarbeitern nicht zurecht. Er brachte jeden im Büro gegen den anderen auf. Der Buchhalter hasste die Sekretärin und umgekehrt. Und beide hassten wiederum den Bauleiter. Die Atmosphäre war schrecklich. Doch alles deutet darauf hin, dass die Probleme zur Zeit von Rons Verschwinden zu Hause und nicht im Büro waren. Tage vor seinem Verschwinden sagte seine enge Freundin zu Lyle's aus, dass sie einige Telefonate mit Ron über seine Beziehung geführt hatte. Ihre Aussage passt zur Theorie der Polizei, dass Margaret erstens wütend darüber war, dass er eine Affäre hatte und dass sie zweitens hinter seinem Geld her war. Ron und ich wollten uns nicht scheiden lassen. Im Dezember 1994 traf sich Ron mit zu Lyle's, um über Drohbriefe zu sprechen, die an ihre Kinder geschickt wurden. Es kam nie heraus, wer diese Briefe geschrieben hatte. Aber ich denke, Ron hatte Margaret im Verdacht, weil sie dachte, dass die beiden ein Verhältnis hätten. Einige Tage später war er verschwunden. Schon kurz nachdem Ron Rudens Angestellte ihn als vermisst gemeldet hatten, konzentrierte sich die Polizei auf Margaret und nach dem Fund der Leiche begannen sie, Beweise für eine Anklage zusammenzutragen. Die Polizei hat eines Tages die Matratze wiedergefunden und positiv auf Blut getestet. Sie verwendeten Luminol, um die Wände nach Blutflecken abzusuchen. Auch hier wurden sie fündig und vermuteten, dass das Blut durch die Schüsse auf den schlafenden Ron an die Wand gelangt sein könnte. Margaret stellte es so dar, dass Rons Nasenbluten für die Blutflecken verantwortlich sei und dass das Blut an den Wänden auch vom Selbstmord von Rons früherer Frau stammen könnte. Die anderen, die in Rons Testament erwähnt wurden, belasteten ebenfalls die Frau, die 60 Prozent seines Vermögens erben sollte. Aus Gier. Nur aus Gier. Bereits zwölf Tage nachdem Ron verschwunden war, stoppten sie meine Vollmachten. Ich konnte nicht einmal mehr meinen Gehaltscheck einlösen, den ich von Ron für meine Arbeit im Büro bekommen hatte. Sie wurde praktisch auf die Straße gesetzt. Sie ging dann zu ihrer Schwester, die, soweit ich weiß, damals dort lebte. Sie haben die Schlösser der Büroräume ausgewechselt und sie sagten, dass sie das Haus nehmen würden und ich es nicht mehr betreten dürfte. Ich hatte das Gefühl, dass man ihr die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Ich habe nie geglaubt, dass sie es war. Ich denke, dass irgendwelche politischen Verstrickungen dahinter steckten und dass andere versuchten, an sein Geld zu kommen. Die Mordwaffe wurde im Juli 1996 gefunden und die Polizei vermutet, dass Margaret zu dieser Zeit in Las Vegas lebte. Knapp drei Jahre nach Rons Verschwinden wurde Haftbefehl gegen sie erlassen, aber als man sie verhaften wollte, war sie nirgends zu finden. Und sie war nirgends zu finden. Ich bin hier zu lange, in dieser kleinen kleinen Stadt. Ich bin hier zu lange, in dieser kleinen kleinen Stadt. Ja, wenn ich nicht weggekommen bin, werde ich bald runtergekommen. Wenn etwas dazu beitrug, dass Margaret Rudin die schwarze Witwe genannt wurde, dann war es die Tatsache, dass sie davonlief. Für sie sprach jedoch, wie sie in dieser Zeit lebte und welche Freundschaften sie schloss. Am schlimmsten war, dass ich mich immer verfolgt fühlte. Und was mich persönlich stark belastete war, dass ich niemandem die Wahrheit sagen konnte. Margaret Rudin verschwand, kurz bevor sie für den Mord an ihrem fünften Mann Ron angeklagt wurde. Für diejenigen, die in Las Vegas das Gesetz vertraten, wurde der Fall in den folgenden Jahren geradezu zur Manie. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft denken, dass sie das Justizsystem zum Narren gehalten hätte. Allein die Tatsache, dass sie ihr mehr als drei Jahre hinterherjagen mussten, hat alle ungeheuer wütend gemacht. Ein Jahr lang konzentrierte die Polizei ihre Jagd auf die Gegend um Chicago, wo Margaret Freunde und Familie hatte. Doch gefunden hat man sie schließlich in Phoenix, Arizona. Sie haben sie auf der Straße erkannt. Einige haben mit ihr gesprochen und sie erzählte, dass sie eine Witwe aus Las Vegas sei und diese Gegend verlassen wollte. In Phoenix schnappte die Polizei Margaret, aber sie ließ sie wieder entwischen. Sie war in einem schäbigen Hotel abgestiegen und die Frau, die mit ihr in dem Hotel als Putzfrau arbeitete, sagte, sie sieht aus wie diese Margaret Rudin vom Fahndungsplakat der meistgesuchten Verbrecher Amerikas. Die Polizei kam und befragte Margaret und sie gab ihnen ein plausibles Alibi und einen Decknamen. Alles passte zusammen. Unglücklicherweise hatte der Beamte, den sie zu ihr schickten, kein Foto von Margaret Rudin. Aus unerfindlichen Gründen haben sie keine Fingerabdrücke von ihr gemacht. Sie glaubten ihr und ließen sie gehen. Margaret Rudin zog wieder weiter, wie sie es früher als Kind mit ihren Eltern tat. Sie ging nach Guadalajara in Mexiko, wo sie einen Mann namens Joseph Landergan kennenlernte. Er war ein pensionierter Feuerwehrmann aus Revere, Massachusetts. Sie ließ ihren Charme spielen und er war hin und weg von ihr. Margaret erzählte ihm, dass sie vor den Killern ihres Mannes auf der Flucht sei, die Terroristen wären, und dass einer von ihnen Jehuda hieße. Sie dachte, dass Jehuda ihren Ehemann umgebracht und seine Leiche in der Wüste losgeworden wäre. Es gab tatsächlich einen Jehuda in Margreths Leben, Jehuda Sharon, ihr Berater und möglicher Liebhaber. Ihm wurde in diesem Fall völlige Immunität eingeräumt. Er gab später zu, dass er Margaret zum Flughafen gebracht hatte, als sie Las Vegas verließ. Die Geschichte über Jehuda, den Terroristen, der hinter ihr her sei, nachdem ihr Mann ermordet worden war, klingt völlig grotesk. Aber anscheinend haben ihr die Leute geglaubt, was bedeutet, dass sie ein Talent hatte, die Menschen von etwas zu überzeugen. Und so kam Margaret wieder zurück in die Staaten und zog mit Mr. Landergan in seine kleine Wohnung in Revere, Massachusetts. Wenn man sieht, wo sie gelebt haben, erscheint es wie eine Ironie des Schicksals. Margaret Rudin, gesucht als die schwarze Witwe, ließ sich in einer Stadt nieder, die geschichtlich und wirtschaftlich nicht weiter von Las Vegas hätte entfernt sein können. Revere ist ein hübscher, geschichtsträchtiger Ort mit freundlichen Menschen. Nach einiger Zeit wurde er zum Entsorgungsort der Mafia von Boston. Wenn man jemanden loswerden will oder sich einer Leiche zu entledigen hat,